hallo willkommen im chaos so versuchen wir es mal noch mal die kindergeschichte zu retten ich weiß aber immer noch nicht wie das gehen soll keine ahnung weil ich kann aber vielleicht weil das kinderstuhl vielleicht falsch steht kann das sein warte mal die typisch überhaupt noch nicht gekommen wenn das kinderstuhl vielleicht erreichbar ist das möglich so auch so hinstellen vielleicht klappt das okay eine reaktion möglichen kinder schluss so nicht aber wenn ich gefütter das kind wird nicht gefüttert trage zusammen spiel nein sie liegt es nur boden hier klatsch auf boden richtig beschäftigen halt damit man kann hier nicht tun ist das schon liegen am boden und ich kann nicht gucken was probleme da sind hier bei das hier gar nichts die ist jetzt ja die ist doof weg da das ist echt nervig das war schon nervig so lalalalalala romanschreiben spielen so immer spielen egal irgendwas wenn du die scheiß laune von ihr nachlässt aber er ist auch runter das ist das problem ich weiß nicht wie ich das in den Griff kriegen soll ich hab heute einen anderen kühlschrank kann das sein dass der kühlschrank vielleicht zu klein ist dass es dieser billige kühlschrank nicht hergibt dass man da ich weiß nicht ich hab echt ein problem hier gerade das in den Griff zu kriegen größeren kühlschrank hier so und dann warte warte eine fläche geben da ist das doch nicht so wohl alles klar das war das tatsächlich der kühlschrank war das problem super die flasche jetzt endlich manne gute so mann das so eine scheiße so hey zuvor geht doch so was macht die was ist denn was er gebraucht er muss meine toilette danach benutzen und dann ähm natürlich äh wenn wir waschen sie ist auch runter so okay schlafen also wir schon schlafen alles klar geht schlafen lass mich mal schlafen so so er freit sich gerade von seiner Last okay so wir haben das ja doch noch gerade gekriegt mit dem Kind wir haben das nicht gewusst dass man da einen anderen kühlschrank haben muss das gibt es doch gar nicht unglaublich so er hat auch keinen spaß ist er bisher nein ach ich guck auf den falschen schlafen so schlafen ja genau schlafen so ich kenne schlicht auch alles gut hervorragend warum überstehen wir die Babyzeit irgendwie das ist echt eine Katastrophe gerade hier so okay ja diese Folge wollte ich nur kurz nochmal so diese Folge wollte ich mal kurz äh hinten ran wir machen ein bisschen Musik wieder an Musik Musik da was war Musik da ah sehr schön so ja diese Folge wollte ich mal noch kurz bringen eine kleine Kurzfolge eben halt mal so zwischendurch ähm ja Baby gerettet das wollte ich noch geschafft haben so äh bei der vorigen Folge hat es ja nicht so ganz geklappt wo uns das Baby weggenommen weil eben das Baby halt kurz vorm Verhungern war ja das ging ja gar nicht aber ich habe eben halt die Problematik mit dem Kühlschrank nicht gewusst so alles klar habt euch wohl bis demnächst euer Jockel ciao Musik wird bedrohlich ich muss schnell weg hier ich muss hier weg ciao